Über den Wahlkampf und über die Möglichkeit, als türkischer Staatsbürger hier in Deutschland ab heute schon wählen zu können, in einem der 16 Wahllokale möchte ich sprechen, mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Majid Karahmetoglu. Schön, dass Sie hier sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch, Frau Ohm. Wir müssen uns aus aktuellem Anlass natürlich zuerst mal mit dem Gesundheitszustand des Präsidenten beschäftigen. Haben Sie da neue Informationen bekommen darüber, wie geht es ihm tatsächlich, was ist dran an den Gerüchten? Nun, dass es ihm nicht gut geht, weiß man eigentlich schon seit vielen Jahren. Man hat gesehen, dass er im Live-Auftritten quasi einschläft oder eben nicht weiß, dass es überhaupt live ist. Also da gibt es so eine Sendung, wo er dann sagt, schneidet das mal. Dann sagen Sie ihm, Herr Präsident, wir sind in der Sendung. Dann beißt er sich auf die Lippen und sagt, was und so weiter. Es ist nichts Neues, auch dass er immer wieder gestützt werden muss, ist nichts Neues. Und mir war eigentlich klar, dass das wieder im Wahlkampf aufkommen wird, weil natürlich unter Stress brechen eben solche Krankheiten wieder aus. Und was es konkret ist, das weiß niemand. Da gibt es nur Spekulationen. Ich habe es eben schon eingangs, als ich Sie vorgestellt habe, gesagt, die Damen und Herren, unsere Mitbürger, türkische Staatsangehörige hier im Land, können ab heute wählen. In 16 Wahllokalen, das hat das Auswärtige Amt so auch noch einmal bestätigt. Der Wahlkampf hat sich hier wie abgespielt. Da gibt es ja auch Beschränkungen, die von deutscher Seite gegeben werden. Genau, also aus dem letzten Wahlkampf hat man ja Lehren gezogen. Da wurde ja die Stimmung ziemlich negativ aufgeheizt. Und man hat eben dann gesagt, nein, das wollen wir hier nicht mehr haben. Wahlkampf, Veranstaltungen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig und ab drei Monaten bis zur Wahl grundsätzlich verboten, sodass also Wahlkampf findet natürlich statt, aber so im sozusagen im geschlossenen Bereich, nicht für die Öffentlichkeit. Das machen beide Parteien, also beide Lager, muss man sagen, sowohl AKP-Lager als auch JHP-Lager. Aber es ist leise. Welches Lager ist das stärkere? Nun, in Deutschland würde ich tippen, mit leichten Vorteilen für AKP-Lager oder also, dass die jedenfalls klar vorne liegen. Davon gehe ich aus. In der Türkei oder im Gesamten gehe ich eigentlich davon aus, dass AKP-Lager die Wahl verlieren wird. Auch Erdogan. Oha, da sind Sie aber sehr optimistisch. Und woher rührt dieser Optimismus von der Seite? Also zunächst einmal, ich bin ja immer wieder in der Türkei und seit 2019, also wo die Kommunalwahl die AKP verloren hat in den Großstädten Istanbul und Ankara. Und Istanbul hat natürlich eine besondere Bedeutung in der Türkei. Das ist sozusagen Trendsetter in der Türkei. Hat eine Ausstrahlungswirkung. Und Erdogan hat selbst gesagt, wer Erdogan verliert, verliert die Türkei. Da war schon klar, die Stimmung kippt. Und danach wirklich Monat für Monat ist die Stimmung weiter zugunsten der Opposition geschwenkt. Und das kann ich bestätigen. Aber auch die Umfragewerte sehen den Herausforderer von Erdogan vorne. Dieser Herausforderer hat einen sehr bemerkenswerten, ich nenne es mal, Move gemacht auf Twitter vor einigen Tagen, wo er sehr klar gesagt hat, ich bin Alevit, ich stehe auch dazu. Hat ein bisschen versucht, auch noch einmal zu erklären, welche Rolle, welche Bedeutung hatte dieser Tweet möglicherweise auch nochmal? Also man darf natürlich so einen Wahlkampf nicht auf einzelne Dinge reduzieren. Das ist das Gesamte. Und da hat es eben gut reingepasst. Er war ja jemand, der von diesem ganzen, von dem Gesamtapparat, Erdogan nutzte den Staat, um Wahlkampf zu machen und seine Gegner sozusagen zu zermürben. Und das hat er auch gemacht bei Klistarolo. Und er hat aber immer wieder gut reagiert, war immer ruhig. Und auch diese, dass er zu der Minderheit der Aleviten gehört, das wurde ihm sozusagen auch irgendwie negativ angeheftet. Aber er hat dann ein Video herausgebracht, was übrigens, glaube ich, über 120 Millionen Mal gesehen worden ist. Und wo er, wie soll ich sagen, sehr vertrauenserweckend sagt, ja, ich bin alevitisch, aber ich bin ein guter Muslim sozusagen. Gesetzt den Fall. Es kommt so, wie Sie es jetzt sagen, nämlich Erdogan verliert diese Wahl. Was wäre es dann, was Ihnen im Prinzip den Sieg gekostet haben könnte? Der Umgang mit dem Erdbeben oder einfach all das, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten zusammengekommen ist? Ja, es ist, ich würde sagen, all das, was zusammengekommen ist. Zunächst einmal hat er natürlich bei der letzten Wahl Dinge versprochen und Dinge gesagt, die einfach nicht eingetroffen sind. Heute sieht man zum Beispiel, heute soll ja dieser Kernkraftwerk eröffnet werden. Vieles wird jetzt plötzlich eröffnet und plötzlich ausgerinnert kurz vor der Wahl sozusagen geht die Türkei immer voran. Und letztes Mal war es auch so und vieles ist eben nicht eingetroffen. Und die Leute verstehen eben, sehen, das ist alles nur Wahlpropaganda. Und dann muss man sagen, der Erdogan hat die türkische Wirtschaft wirklich in den Abgrund gebracht. Also es geht den Menschen ganz schlecht, die Inflation ist hoch, die Kaufkraft ist enorm gesunken. Jeder spürt das in der Türkei. Ich habe da auch mehrere Gespräche geführt, selbst Menschen, die ein sehr gutes Einkommen in der Türkei haben, die spüren das, dass es eben alles schwieriger wird. Und das Ganze zusammen und auch dieses, dass er die Menschen immer und immer wieder gegeneinander aufgehetzt hat, das Klima in der Türkei vergiftet hat, alle seine Kritiker immer als Terroristenbrandmarkt hat und so weiter, das alles verfängt nicht mehr. Er hat schwer an Glaubwürdigkeit verloren. Ich glaube, dass ihm das am Ende auch das Amt kosten wird. Es wird auf jeden Fall ein spannender 14. Mai, dann werden Herr Karabuch-Methode schon, dass Sie hier gewesen sind. Ich danke Ihnen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.